Hallihallo Leute, ich bin JLP. 2020 ist es soweit. Was kann ich euch sagen? Es dürfen nur noch 95 Gramm CO2 ausgestoßen werden. Das ist gar nicht so leicht zu bewerkstelligen. Die Autos momentan sind so bei 135 Gramm. Das ist also eine ganz schöne Reise auf 95 Gramm. Und diese Reise habe ich angetreten in meiner Road to 95. Begleitet mich und findet raus, was ich für Fragen stelle. Und glaubt mir, das wird spannend. Untertitelung des ZDF, 2020